Takbir beim Steinigen der Säulen bei jedem Kieselstein Jedes Mal, wenn er einen Kieselstein auf eine der drei Säulen warf, sagte er den Takbir. Nach der ersten und der zweiten Säule ging er vorwärts, stellte sich in Richtung Qibla, seine Hände hebend und sprach Bittgebete. Was jedoch die Säule von Jamratul-Aqaba betrifft, so rezitierte er bei jedem Wurf eines Kieselsteins den Takbir. Dann verließ er sie, ohne neben ihr stehen zu bleiben.